hallo liebe freunde und einen wunderschönen guten abend nachdem ich mit meinem victoria let's play fast zu ende bin oder bald zu ende bin und auch mein ätna bricht aus let's play mehr so nebenbei läuft und da werde ich vielleicht wahrscheinlich auch nicht jeden tag hochladen für die ätna oder ihr habt es schon mitgekriegt dass ich sie nicht jeden tag hochlade habe ich mir gedacht ich starte ein neues strategie spiel um es zu let's playen zuerst habe ich mir überlegt ob ich mit punch up victoria 2 spielen soll aber ich habe mir gedacht nein wenn ich abwechslung ist nicht so schlecht und ich habe mir ein anderes paradox game das neueste zumindest das neueste das ich besitze genehmigt und zwar stellaris im gegensatz zu den ganzen anderen paradox games ist das kein historisches spiel sondern ein weltraum erforschungs eroberungs blablabla spiel ich weiß nicht wer es kennt auf jeden fall fangen wir mal mit einem new game an ach ja stimmt ich habe da sowas gemacht ich glaube ich werde das da sagen wir mal die dürfen die ganzen dinge die ich da gemacht habe aber ich werde sowas nicht nehmen ich werde meine eigene hey so eine spinnenrasse so eine spinnenviech ding ist cool hyperspace travel naja schauen wir mal was werden wir nehmen ja topo jeden das wollen wir nehmen die x dar die Die Klack-nack-prack. Klack-nack-prack. Die Klack-nack-prack. Können wir das? Können wir das? Copy-pasten. Klack-nack-pracks. Klack-nack-prack. Okay, nächstes. Oberwunden. Das ist gut. Xyp-um-la-ticka. Ja, 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 ja. Äh, Schieb-Prefix. Äh, k-k-k. Nehmen wir die Schiffe. K-k-k. Klack-prack-k-k-k-k-k. Was weiß ich. Trades. Das ist das Wichtige. Äh, wir haben noch einen Trade-Pick. Ah, okay. Okay, wir sind Repugnant. Was kann Repugnant? Äh, wir sind hässlich. Wir sind Rapid Breeders. Plus 10% zum Wachstum. Communal. Members of this species are highly communal and quite used to living in close proximity to others. Hm, das macht sie glücklicher. Das finde ich gut. Und Strong. Hm, naaa, Strong machen wir nicht. Ich mag kein Strong. Einen Punkt kann man noch vergeben. Wir könnten auch den Rapid Breeders weggeben. Wenn wir Repugnant ist, vielleicht wäre ich aber so schlecht. Ich meine, wer mag schon Ameisen oder Spinnen in seiner Nähe haben. Äh, Industrious. Was kann das? Das klingt gut. Minerals plus 15%. Hm, Intelligent klingt auch gut. Thrifty. Energy Credits plus 15%. Hm, Natural Engineers. Ah, okay. Das ist dann wie Intelligent nur in einem Bereich. Aber für 15%. Hm. Extremely Adaptive. Puh, Adaptive plus 10%. Habitability. Da können wir besser besiedeln. Eigentlich auch nicht so schlecht. Non-Adaptive. Da können wir schlechter besiedeln. Hm, Talented. Hm, Quick Learners. Lied Experience gehen plus 25%. Hm, das wäre vielleicht auch gar nicht einmal so schlecht. Vielleicht Slow Learners? Nee. Very Strong? Nein, Strong wollen wir auch nicht. Weak wollen wir auch nicht. Nomadisch? Nomadisch. Hm, hm. Kostet weniger, um zu Setteln. Kompromist. Hm, was weiß ich mal, was bringt. Venerable Enduring. Unsere Lieder leben länger. Hm. Resilient. Hm. Hm. Slow Breeders können wir nicht nehmen, wenn wir Rapid Breeders haben. Was ist Sedentary? Ah, jetzt sind wir nicht so gerne raus. Hm. Nehmen wir eines von den dreien. Ist ja wurscht. Oder Agrarian? Hm. Nein, eines von den dreien. Soziologen, Physiker oder Ingenieure? Nehmen wir, oder? Nein, wir nehmen Quick Learners. Das ist gut. Das hilft für alle. Alle unsere Lieders werden dann schneller lernen. Das ist gut. Ruler. Hm. Ich finde, der Name unseres Rulers ist nicht schlecht. Er ist, sagen wir mal, weiblich. Wir sind immerhin, wir sind immerhin Spinnen. Das sind die Mädels, die, die alles machen. Äh, mal Appearance. Arthropoiden. Ah, das sind alles Arthropoiden und wir nehmen die, oder wie. Den könnten wir auch nehmen. Oh, nein, der ist cool. Der ist cool. Passt. Äh, Ruler. Hm. Gut, Color Variation. Hm. Hm. Diese Farbe ist ganz gut. Female. Hairstyle. Phenotype. Clothes. Wir haben Clothes? Nein, wir haben keine Clothes. Schade eigentlich. Ruler Title. Overlord. Das klingt gut. So, unser Heimatfeld heißt Clothes. Knackstab. Clothes. Knackstab. Attawack. Blast. Random. So, System. Denim System. Random. Wir nehmen Random. Ähm. Ähm. Arctic Climate. Seid ihr wahnsinnig? Wir sind Spinnen. Wir brauchen es Wet. Äh. Nein. Continental. Nein. Tropical. Tropical ist gut. Tropical Preference. Ging gut. Oder. Was ist das? Oder Dry. Savanne. Arid. Oder Desert. Nein. Was gibt es da noch? Tundra. Alpine. Nein, 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 nein. Wir sind Dings. Wir sind Spinnen. Wir brauchen es. Wir brauchen es. Next. City Appearance. Naja, die natürlich. Gibt es da Spinnennetze? Hm. Fanatischer Kollektivist. Slavery Tolerance. Plus 100%. Puh. Sollen wir das echt machen? Nö. Weg damit. Materialist. Ähm. Building Cost. Ah nein. Wir sind ein extra. Ein fanatischer Materialist. Sogar. damit produzieren wir viel 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 besser und was machen wir noch was kann das individualisten nein wir sind eher das gegenteil von individualisten ach so stimmt aber dann wäre das mit dem slavery ding ist gar nicht so schlecht wir müssen ja nicht slavery machen oder was sind wir pazifisten xenophil oder xenophob nachdem wir so nachdem uns sowieso keiner liebt weil wir repugnant sind könnten wir auch xenophob nehmen können mehr rivalries eingehen wir wachsen schneller alien slavery tolerance plus 100 prozent wieso nicht xenophobe fanatische materialisten so was können wir machen direkte demokratie indirekte demokratie alle zehn jahre wird gewählt happiness plus fünf prozent leader experience plus 15 prozent leader recruitment kostet minus 15 prozent das ist gar nicht einmal so schlecht leader skill levels plus 1 weiß ich nicht weiß ich nicht plutokratische oligarchie noch mehr energie output unser zeug science direct trade holds an election every 40 to 50 years to select a new ruler plus 1 und empire wieder capacity plus 1 das klingt auch gut für unseren trade dass wir bessere leader haben despotische hegemonie ich schule can build an elite assault army despotic empire das science direct trade das klingt cool oder die indirekte demokratie schwer zu sagen nehmen wir das science direct trade das klingt gut und ich weiß nicht ob das spiel das macht aber wir werden auf jeden fall wenn wir uns für einen neuen ruler entscheiden immer nur für frauen weil immerhin sind wir in sekten da geben die weibchen an was passiert empire name wie haben wir uns jetzt genannt die klacknackbrack das heißt wir werden beim empire name das ähnlich machen das klacknackbrack star collective werden wir es nicht star collective sondern science collective next und jetzt noch unsere fahne wir brauchen irgendetwas so logical nein pointy pointy vielleicht auch nicht pirate paradox paradox nee ornate auch nicht domination irgendwas spinnenmäßiges gibt es ihnen das spinnenmäßiges so logical vielleicht kthulhu könnten wir sein äh da ist ein schmetterling äh da ist ein schmetterling auch nicht schlecht ein spinnennet das ist ja schön so primary colors ich mag rosa und secondary colors da gibt es da in ach so okay warte mal wir könnten das so machen und das secondary color nö nehmen wir so projectile missile oder energy weapons was würden spinnen machen nehmen wir projectile weapons wieso nicht warp hyperspace oder wormhole nehm nehmen wir warp wieso nicht new players why not ship appearance bleiben wir auch da gleich passt wir haben mass drivers warp travel und wir sind repugnant na schön und quick learners und rapid breeders das ist gut wir werden die welt überschwemmen save sehr gut so 600 sterne glaube ich recht uns elliptisch spirale vier arme zwei arme naja eine vierarmige spirale ist ganz gut empires 15 empires bis zum nächsten mal aber viele so bla 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 maximum fallen empires zwei habitable worlds 100% ja das klingt gut agressiveness normal normal laut ftl method was ist denn das dies controls which method of faster than light travel campage so okay wir haben warp und wir lassen alle zu ist okay empire placement this controls where the empire should spawn in clusters or randomly placed across the galaxy clusters random clusters random nicht clusters ich will wirklich nicht mit irgendwelchen anderen zusammen starten advanced neighbors this controls where the empires with advanced ai starts are permitted to spawn near a player mhm ja offensichtlich haben wir das an endgame crisis this controls where the endgame crisis are allowed to appear in your game keine ahnung machen wir doch gleich ironman mode off nein kein ironman mode yay wär schon was süß aus so was sagen wir uns hier in the eons since the first primitive klaknakbrack klaknakbrack yay communities took shape in the dense jungles of klaknakstab klaknakstab our civilization has spread and prospered through scientific progress we have managed to stamp out the superstitions that ruled the minds of our ancestors as a reason and rational thought spread among our people the inefficient nation states that we had until then unorganized themselves into were disbanded and a council of our most accomplished scientists was gathered to rule in their state das heißt unsere ganzen nationalstaaten haben wir zusammengelegt zu einem großen staat der von unseren wissenschaftlern geführt wird eigentlich sollte das auch bei uns so passieren das wäre so schön now after the successful creation of several experimental subspace fields the finest minds of the klaknakbrack science collective have finished development of the first warp drives the stars themselves are finally within our grasp naja gut 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 begin so was haben wir hier zunächst einmal Forschung macht es jetzt die Forschung was haben wir hier wir haben hier Lobuk Wartinaka Trades Expertise Whitecraft haben wir da irgendwas in dieser Richtung nö schade so Whitecraft dann Statecraft und das können die zwei Maniaker und Meticulous Anomaly Discovery ich hoffe der ist auf unserem Schiff ja Research, Research, Research was kann der? Research plus 5% oh, nicht schlecht na gut das ist der hier was haben wir da? ah, da hätten wir was Planetary Unification Monthly Influence plus 1% Unlocks, Ship, Type, Colony Ship oh, das will ich auch das will ich auch, das will ich auch Nevo Capacity, Biolab ah, das machen wir doch glatt da kriegt er nämlich einen Bonus solange wir den Bonus haben, nehmen wir ihn doch glatt was kannst du machen? Iron Thrusters Nanocomposite Armor Army Damage Minerals plus 5% das ist auch nicht schlecht Engineering Facility na, das ist gut Mineralien wollen wir ja so, und was machen wir mit dir? Solar Panel Network oder Assist Research was kam das? Unlocks Features Assist Research Laser Assigned Ship to Assist with the Research on a Colony Ah Okay das bringt ja gar nichts unser Research Schiff soll rumfliegen nicht bei der Kolonie stehen bleiben Fusion Reactor Energy Storage Capacity steigt und Fusion Reactor was kam das? Fusion Reactor Nuclear Fusion Processes Generates a great amount of power but without many of the risks associated with Fusion Power Hm Okay, das ist für Shipper Knuckle Solar Panel Network das ist für die Station soweit ich mich entziehen kann und Research Speed plus 5% das ist ja fast schon ein no-brainer und es wäre schön Lopuk Vartinaka wenn du bald steigen würdest und irgendwas cooles lernen würdest im nächsten Level Gut, das war unsere Forschung Dann Science Schiff Kann man dir sagen dass du gleich einfach alles Service System Sehr gut Okay das Shipper Knuckle ist also beschäftigt außerdem warte mal wie kommt man da raus noch mal wie ist das gegangen mit Escape nein ah ich weiß nicht mehr wie M ah mit M so warte mal Science Ship können wir gleich da ah da ist ein Gabor Planet Hm Service System und Service System nö Service System ah vielleicht muss man da ja so geht das mal die drei die in unserem Gebiet liegen wobei das liegt eigentlich gar nicht in unserem Gebiet mehr naja wurscht kann nichts machen äh machen wir mal die drei die surveyen wir mal gut und das Konstruktionsschiff bleibt da mal stehen unser Heimatwelt was haben wir da Planeten Governor plus 2% plus minus 5% Construction Time minus 6% Clear Blocker Time hm also wir sind schneller dabei was ist das was ist das Capital World hm Surface schauen wir mal no das ist ja gar nicht noch mal so schlecht 18 groß wir produzieren hier Essen Essen Mineralien mehr Mineralien Energie Energie wow das ist gar nicht mal so schlecht gar nicht mal so schlecht so dann dann noch mehr Essen dann mehr Energie wie viel haben wir denn jetzt gerade mal plus 5 Energie plus 11 Mineralien Mineralien sind wichtig soweit ich mich entziehen finden kann also mal clean wir mal das und das clean wir auch oh das clean wir nicht wir haben zu wenig Zeug das clean wir erst wenn wir was Zeug dazu haben so wir haben keine Armies was soll's und wir haben einen Space Spot da können wir noch nichts spawnen ship annackeln können wir nur diese Corvette spawnen da können wir uns eh nicht zurzeit leisten gut der Science Ship ist beschäftigt das Construction Ship wartet ob der Science Ship nicht irgendwas sinnvolles findet wir werden die Speed erhöhen am Anfang ist das glaube ich vor allem noch recht praktisch noch fast das geht nicht mit Space drücke ich auf Pause sehr gut mhm construction complete yay was denn oh ein Schiebernakel na gut oder was auch immer wir haben bis jetzt noch ur wenig gefunden nämlich gar nichts wow Angst so maue ich auch noch nie an so einer Station das auch nichts so viel wir hätten nichts bauen sollen. The Erussian Concord Art, was auch immer. We have recovered artifacts from an ancient alien civilization on 6467 M11. From what we have translated so far of their language, we have learned that these aliens called themselves the Erussian Concordate. They were an interstellar power that held sway over this region of the galaxy a little over a million years ago. For a million years, hmm, they appeared to have been six-limbed mammalians. And there are several references to some sort of plaque called the Javorian Pox, which swept across their empire with devastating results, possibly leading to their extinction. Interesting. We have a situation log on the other side. Precursors Eurasians. Hmm. Hmm. Wir müssen noch mehr von dem Zeug finden. Hmm. We have recovered after. Blablabla. If we can find enough relics from their civilization, it may be possible to pinpoint the location of their home system. Hmm. Wir haben noch keine gefunden. Was? The leaving question are now widely considered to be definitive proof of unknown forces. Ah. Dadurch, dass wir dieses Ding gefunden haben, ist uns jetzt klar, dass es irgendwo Leben da draußen gibt, außerhalb unseres Planeten. Wiens! Ok. Oh. Da haben wir noch eine Forschungsstation, die man herbauen können. Juhu! Fliegen wir mal da rüber. Eine Scharn. 60% immerhin. Hey, irgendeiner von meinen Scientists ist verbessert worden. Dann machen wir Pause ganz kurz. Ah, unser Typ am Schiff. Was? Er hat Meticulous. Okay, er ist sowieso nur Meticulous, er ist aber jetzt Level 2. Na, immerhin. Ne, für das, dass er eine plus 10% Anime Discovery Chance hat, habe ich noch nicht sehr viele gefunden. Such weiter. Warte mal. System Survey complete. Okay. Machen System Survey mit. Naja. Hey, da ist ja noch so ein cooles Ding. Wir haben einen grünen Planeten gefunden. Das ist ja cool. Das gefällt mir. Konstruktion complete. So, du. Kannst du das da auch machen? Fortschritt wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Das würde uns vielleicht helfen. Apropos Fortschritt, wie schaut es aus bei euch? Wie wäre es, wenn ihr mehr Skill bekommen würdet? Hey. Was ist das? Habitable World Survey. We now know, without a doubt, that a thriving Biosphere is not something unique to Kluxnackstub. Both the scientific community and the public at large are eager to learn more about the various forms of alien life found throughout the galaxy. Efforts to catalog the life forms we encounter are already on the way, but our xenobiologists have urged us to focus our planetary survey efforts on habitable life-bearing worlds. Okay. Recommendable initiative. We have more important matters to focus on. Mehr Influence. Oder. Ne, wir starten jetzt natürlich. Das bringt uns. Das bringt uns. Das bringt uns. Small celestial object with pronounced gashes and particulate trails has recently observed the air track system. The passing was uneventful acknowledged. Na super. Wir haben einen Kometen gefunden und das war wurscht. Na gut. Ähm. Ja. Wir haben 0 von 8. Schön. Und 0 von 6. Auf jeden Fall, meine Damen und Herren, würde ich fast sagen, wir hören an dieser Stelle auf, weil wir haben schon eine halbe Stunde gesprochen. Und ich wünsche euch einen schönen guten Abend, Schlaf gut und etwas Schönes. Bis dann. Jörg Parker. access